Mitten aus dem Leben. Heute Geld. Moin Bruder, na, wie geht's? Ach scheiße, ich hab wieder kein Geld. Ich hab voll den guten Plan, wie sie richtig easy an Geld kommen. Richtig easy an Geld? Richtig easy, ne? Okay, erzähl. Ich steh so ein YouTube-Video hoch. Ja. Jodie stripping while douching. Oh, geil. Aber man sieht so während des Videos immer nur Dusch vorhanden, ne? Aha. Und dann mach ich da drunter Link. Äh, wenn du den Dusch vorhanden möchtest, klick auf diesen Link. Und wer auf diesen Link klickt, schuldet mir dann 30.000 Euro. Von seinem Konto auf meiner. Wie du kriegst direkt 30.000, wenn jemand darauf klickt? Ja. Alter, voll geil. Da kriegen wir sicher richtig viel Geld, Alter. Äh, oh. Was ist? Alter, ich bin hier gerade auf YouTube. Nice. Oh, Bruder. Oh, geil, Alter. Was denn? Voll das geile Video. Wie heißt das? Das heißt, äh, Jodie is stripping while douching. Oh, geil. Wollen wir mal angucken. Äh. Mann, Alter. Heb den Duschvorhang. Mach den Duschvorhang auf. Gute, das ist die ganze Video. Alter, mach Duschvorhang auf. Was ist das für Scheiße? Mach doch mal Duschvorhang auf. Habibi. Oh, Mann. Jetzt ist zu Ende, Alter. Was ist das für ein Scheiß-Video. Äh? Warte mal. Hier ist so eine Link in Description. Äh. Was ist da? Da steht, wenn du den Duschvorhang heben willst, musst du hier klicken. Oh, ja, geil. Oh, ich hab eine Nachricht bekommen. Oh, okay. Irgendein Arschloch ist auf unsere Falle reingefallen. Wir haben jetzt 30.000 auf Konto. Oh, geil. Wir haben jetzt 30.000 auf Konto.